Hier am Hauptbahnhof in Köln, genauer gesagt hier an der Eisenbahnbrücke, hängen tausende von diesen Vorhängeschlössern. Menschen, Pärchen haben sich hier getroffen, um ein Schloss hier festzumachen, als Symbol für ihre Beziehung. Sie wollen zusammenbleiben, sie wollen das festmachen. Wie viel von diesen Pärchen immer noch in ihrer Beziehung sind, ihr Versprechen gehalten haben, weiß kein Mensch. Aber Gott hat auch ein Versprechen gemacht, auch ein Versprechen gegeben, und zwar mit uns Menschen. Und wenn Menschen ihre Versprechen, ihre Bindung lösen, Gott löst sein Versprechen und seine Bindung an uns Menschen nicht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!